Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Our Truck Simulator. Ja, neuer Tag, neue Fahrt. Wo fahren wir denn heute hin? Schauen wir mal. Was gibt's denn? Gehen wir mal auf den Frachtmarkt. Und dann, schauen wir mal, ordnen wir das nach Preis pro Streckeneinheit. Wie man schon sieht, habe ich reale... Ah, ich sag's nochmal, reale Firmennamen drinnen. Gut, wir stehen in Linz. Schauen wir mal, was es in Linz so gibt. Linz nach Nürnberg. 13.000. Bratislava. Irgendwas nach Wien. Okay, von daher... Okay, das ist scheinbar alles, was es da in Linz gibt. Na gut, was nehmen wir denn dann? Waren wir nach Bratislava? Waren wir in Bratislava schon? Ja, ja. In Nürnberg waren wir aber auch schon. Das war nix neues. Frankfurt waren wir auch schon. Prag waren wir auch... Nein, Prag waren wir noch nicht. Doch, waren wir schon. Das ist... Achso, das ist wieder nur so ein... Ich... Ich verstehe. Dresden... Waren wir in Dresden schon? Ja, waren wir auch schon. Okay, also wir waren schon überall. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen das, was am meisten bringt, und nehmen Acetylen. Würde ich jetzt einmal vorschlagen. So, wie schaut es denn aus mit dem Schlafen eigentlich? Noch 7 Stunden, das passt. Okay, und abholen müssen wir das Ganze scheinbar da. Na dann. Den nehmen wir. Auftrag annehmen. Du mal ein bisschen zurückschieben. Ich bin zu faul zum Wunnen drin. Du wirst ja ungefähr hinkommen, was ich da zusammenfahre, oder? So, bevor wir aber losfahren... Ja, ja, nehmen wir mal... Okay, nehmen wir mal irgendeines. So, wir fahren angeblich 5 Stunden, knapp 400km. Und ich glaube, wir füllen Acetylen. Was eigentlich kein Gas ist. Ja, ich habe jetzt eine neue Mod installiert. Den realen Firmen-Mod. Und auch das Skinpack für die Trailer. Na toll, ich muss da abbiegen. Sehr schön. Lasst mich keiner rein von den netten Kollegen. Ja, ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger nicht gefahren. Also... Na, fahr mit dann, Kiwi. Natürlich kriegen wir die Ampel nicht. Wäre ja mal was neues gewesen, wenn wir drüber kommen noch werden, oder? Okay, jetzt habe ich den Timer gar nicht gestartet. Naja, das wird schon passen ungefähr. Ich fahr sowieso die ganze Strecke. Also wenn die Folge eine halbe Stunde dauert, dann dauert es eine halbe Stunde. Na komm, fahrt's. Na komm, fahrt's. Okay, es ist 50 erlaubt und die fahren alle schneller als 50. Sonst ist 80 erlaubt oder 90 erlaubt und die fahren alle langsamer. Was ich jetzt hier nicht verstehen, oder? Ja, die Nachladeruckler sind noch immer da. Also... Ja, die Nachladeruckler sind noch immer da. Vielleicht kommt da noch ein Patch, beziehungsweise wenn ich so höre, dass das andere Leute mit einem deutlich stärkeren PC auch haben, dann kann es eigentlich nur am Spiel liegen. Beziehungsweise, sagen wir so, das Hauptproblem liegt am Spiel. Weil andere Spiele rennen bei mir eigentlich relativ gut. Zwar nicht unbedingt auf Ultra-Einstellung, ich habe das Spiel jetzt auch nicht auf Ultra-Einstellung. Da meine Grafikkarte doch immer die neueste ist. Der Rest zum Rechnen ist aber ziemlich okay, also... Nur die Grafikkarte ist noch alt. Das ist eine Radon 6950. Die auch schon ein paar Generationen, ich glaube eine Generation, es gibt schon mittlerweile wieder neuere. Aber das ist ja immer so, bei den Grafikkarten überhaupt nach einem halben Jahr ist das ganze Ding wieder alt. Und kommt schon, gibt es schon wieder was Neues. Ich verstehe halt nur nicht. Stellenweise, also ist Renz perfekt mit normal 30 Frames. Mehr schafft YouTube eh nicht. Und dann auf einmal gibt es einen kurzen Ruckel. Also entweder ist das die Map, die ihr nachlädt. Ich verstehe das nicht ganz, ich habe 12 GB Arbeitsspeicher drinnen, also... Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja, im Tunnel ist Renz sowieso schlechter, aber ich habe ein paar Frames weniger. Entweder sind es die vielen Lichter, die da herinnen sind. Die ihn da ein bisschen in die Knie zwingen. Und für die Kenner unter euch, nein, es ist nicht das neueste Skinpack. Wie man an dem... Autotransporter da jetzt gerade gesehen hat, ist es noch immer der original Autotransporter, der von Anfang an dabei war. Weil in dem Skinpack, der gefällt mir überhaupt nicht. Da stehen die Autos dann so komisch drauf, das schaut überhaupt nicht gut aus. Also bin ich, habe ich lieber das ältere genommen, wo er noch nicht dabei war und... Sind nur die anderen gegen echte... Gegen echte Firmen ausgetäuscht. So, und jetzt verlassen wir Österreich Richtung Deutschland. Das meine ich, da ist 90er erlaubt, ich fahre 90 und der schleicht da mit einem 80er oder 70er herum. Jetzt weiß er selber nicht, warum er das macht. Was haben wir da? Aha, kenne ich nicht. Ja, ich hoffe halt nur, dass ich keine Copyright-Probleme bekomme mit den Trailern. Aber, hoffen wir halt einmal nicht. Was ist das für eine Brücke? Waren wir auf der schon? Ich glaube schon, oder? Oh ja, darüber gefallen sind wir sicher schon mal. Oh ja, drüber gefallen sind wir sicher schon mal. Das schaut aber sehr interessant aus und das schaut sehr gut aus. Da sieht ja nach Regen aus. Zeig ichs nicht. Lenkrad gerade halten. Und plötzlich sieht man nichts mehr. Ich fahr eh nur Acetylene spazieren, das passt schon. Wieso bremst du jetzt von mir, du Arsch? Zuerst überholt er mich, der Trottel, und dann bremst er. Bist ein Vollidiot. Mit meinem Glück gehts, natürlich gehts da für eine Spur zu. Jetzt kann das ruckeln, aber bitte endlich mal aufhören, das nervt. Bist von außen. Also die Mapper mal nachlädt, der Kübel. 170 Kilometer haben wir noch nicht, das haben wir ja gleich morgen geschafft. Ja, falls ihr euch fragt, wo ich die Mods her hab, schauts einfach einmal auf trucksimulator24.de. Da gibts ein schönes Forum. Da gibts unter vor und da kann man sich neue Trucks runterladen. Neues Interieur, neue Trailer. Ja, alles. Alle Mods, die es gibt. Alle Mods, die das jetzt begehrt. Echt bescheidenes Wetter, muss ich sagen. Da lobe ich mir heute, dass jetzt das Wetter draußen, meinen wir heute den 1. Dezember. Da draußen ist strahlend blauer Himmel, Sonnenschein. Okay, es hat nur 3 Grad, aber es ist echt schön da draußen. Trotzdem möchte ich nicht da draußen gehen, weil es wirklich zu kalt ist. Bleib stehen. Idiot. Ja, die nette KI. Fährt durch Playcenter. Nein, ich bleib auf der Spur. Muss sowieso grad weiter da vorne, also bleiben wir gleich da. Ich wette durch, wenn wir in Nürnberg ankommen, hört's auf zum Regeln. Ja, ich würd sagen, als nächstes schauen wir mal, ob wir von Nürnberg irgendwie nach Wien zurückkommen. Weil jetzt haben wir ja die 180.000 dann, beziehungsweise mit dem nächsten Transport werden es dann wahrscheinlich auch die 200 sein. Dass wir unsere Werkstatt, zeig ich schon wieder Werkstatt, unsere Garage auf die nächste Stufe aufbauen können. Ausbauen, nicht aufbauen. Ja, und dass wir dann irgendwie auf dem nächsten Truck sparen und irgendwann einmal einen zweiten Fahrer haben. So, noch knapp 60 Kilometer. Haben wir ja gleich. Okay, wir fahren aus dem Tunnel raus und es hat aufgehängt, um regnen. Interessant. Wir sind jetzt alle Schnarchnasen. Bisschen aufpassen. So, da müssen wir runter. Wir sind jetzt mal wieder auf dem Boot. Los geht's ruhig. Also, wir sind jetzt mal wieder. Wir sind jetzt mal wieder auf den Punkt. Okay, ich muss das nicht mal wieder auf den Punkt. Also ich glaube, wenn ich einen echten Trucker wäre, würde ich auch darauf bestehen, dass mein Trucker eine Automatik hat. Wenn ich mal überlege, dass ich da den ganzen Tag mehrere hundert Kilometer oder keine Ahnung was zurücklegen muss und dann Stadtverkehr und keine Ahnung. Gut, auf der Autobahn schaltest du eh mein 12.000 in den Promaten rein. Aber gerade in der Stadt musst du wahrscheinlich schalten bis zum Gehtnimmer. Da ist auch die Automatik viel angenehmer, würde ich mal behaupten. Vielleicht sind ja Trucker unter meinen Abonnenten. Würde mich interessieren, was die bevorzugen. Schaltung oder Automatik? Ups. Lenken. Natürlich ist die Ampel auch rot, was noch sonst. Hat die auch andere Farben? So, aber wir sind hier gleich da. Vier Kilometer noch, dann haben wir das auch schon geschafft. Okay, da dürfen wir auch noch Gas geben. Ja, dann hab da nicht mehr. Da heißt 50. Ja, und die nächste Rote Ampel, Burschen, ist Nervt. Ja, rüber. Ja, perfekt vor der Haltelinie stehen bleiben, würde ich sagen, oder? Im Gegensatz zu dem, der neben mir steht. Komm, schalt bitte um. Nein, sag jetzt nicht, dass jetzt so ein Trammerie-Schwachsinn. Und wir da rein müssen. Ach Gott. Ich fürchte. Ich ahne Schlimmes. Na, diesmal haben wir es ja geschafft. Verkehrt. Na, ich würde gern was sehen. So, da sind wir. Ausgezeichnet. Wieso kriege ich jetzt noch ein 13.000? Na gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir dann weiter. Also, bis dahin. Tschüss.